Hallo Hello Kitty. Nimmst doch Hello Kitty. Da habe ich mir sogar zwei, oder? Soll ich zwei? Ich habe jetzt drei, ich will nicht. Hallo ihr Lieben. Hallo. Milei macht heute einen DM-Hall für euch. Ich glaube, was ich will. Genau, ich lasse sie einfach im DM laufen. Und sie soll mal einkaufen. Wir sind ganz gespannt, was da rauskommt. Aber meine Mama darf ja auch. Genau, wir sind mal gespannt, was da rauskommt, wenn Kinder im DM einkaufen gehen. Und ich nehme gerne noch eine Tasche, damit sie es einpacken können. Bereit? Ja. Was hast du denn für eine Tasche? So eine große. Eine große? Ja. Okay. Also, Anna sind ja Geschwister. Okay. 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 Was? So schlimm. Wow. 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 Jetzt geht's los. Ich habe hier einen Titel. Nein, danke. Super. Wow. Die läuft hier einfach vorbei. Wow. So eine Pflege ist gut für die Haut. Wenn man das einmal drauf tut, dann riecht sie gut und glänzt gut. Mhm. Hm? Hat auch Chiara. Hm? Soll ich? Soll ich nicht. Soll ich nicht? Was ist dein Haul? Ich weiß, wie es zu viel kostet. Was ist das zu viel? 3.90 Euro. Zu viel? Keine Ahnung. Willst du entscheiden? Ich weiß es jetzt nicht. Was ist das? Nimmst du das? Ja, ein Pfaffeln. Pfsch. Pfaffeln. Haha. Deo. Deo. Deo mal wieder. Ne, diese haben wir ja schon. Ja, Bilu haben wir schon. Stimmt. Braucht man nicht. Die Leer kennt sich halt aus. Hm. Ich esse ja den hier genommen. Aber, darf mich entscheiden heute. Der für sie. Hallo, brauchst du auch mal was für mich? Ja, was willst du denn? Ah, toll. Haha. Meine Abteilung. Jetzt nichts für mich. Nichts für dich? Haha. Was gibt es denn hier alles? Cool. Ja. Ich muss erst mal riechen. So ein Duft riecht. Hihi. Tuck. Lass uns auch mal riechen. Lass uns auch riechen. Ihr riecht ja nichts. Gut. Und dann nehme ich den, glaube ich. Und dann nehme ich den, glaube ich. Oder ich nehme den, oder? Ich nehme den da. Den will ich jetzt. Der ist egal, dass wir den will ich. Der liegt hier dahin. Und dann nehme ich den. So. Jetzt. Und dann nehme ich den. 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 Also, Mila. Da brauchst du wohl nichts. Ja. Toll. Babysachen. Ich kaufe mal so eine Seite. Wo die Händel sind. Und so ein Paket. Aha. Süßes. Gut. Nein. Brauchst du Windeln? Nein, Mila. Brauchst du keine Windeln? Brauchst du keine Windeln? Nein, Mila. Hey, Duftkerzen. Oh, Duftkerzen. Oh, Duftkerzen. Ich gehe mal zu Leckerlis. Ich kaufe meinen Katzen auch was. Smoke und Silas? Ja, die haben jetzt was. Oh. Oh, guck mal. Hello Kitty. Da habe ich mich für die geeignet. Warum? Das ist auch für Katzenmaus. Sieht sogar cool aus. Guck mal, Hello Kitty. Nimmst du auch Hello Kitty? Da habe ich mir sogar zwei, oder? Hm? Soll ich zwei? Ich habe jetzt drei. Ja. Ich will nicht drei. Ich habe zwei. Ich kaufe eine Duftkerze. Duftkerze oder raum und frische Mila? Raum und frische. Welche Duftnote Vanille? Okay. Okay. Was willst du? Mag ich den Duschschaum? Ich mag den Duschschaum. Also. Holen wir es noch. Also, ich nehme den nach. Für wen? Für Cian. Für? Abi. Okay. Also, was wollte er? Wollte er von dir was, Wilay, noch? Nein. Er wollte das da und scharfen Kaugummi. Okay. Ich bin jetzt fertig. Jetzt geht's ab nach Hause mit uns. Einmal habe ich so ein Balea Golden Magik. Golden Magik. Einfach so ein Deo. Das kann man dahin spüren, dahin spüren. An seinen Arm, dahin an die Füße. Wenn sie mal... Schauen wir es mal an. Komm, komm, komm. Wir begutachten das Ganze mal. Deo Bodyspray von Balea Golden Magik. Das hat sie sich gekauft. Soll ich dich an spüren? Nein, ich will nicht. Okay, ich spüren meine Füße. Jetzt spüren wir meine Arme. Das ist ein ganz normales Deo, Maus. Riecht der gut? Ja, das kann ich. Zeig mal. Wie riecht es ihr? Mhhh. Super. Also. Riech. Ja. Kann man riech. So, Nummer 2. Nummer 2. Was hast du noch gekauft? Mutzgarten. Stell sie mir hier auf den Tisch. Oh, das haben wir schon gehabt. Die sind jetzt total durcheinander. So. Oh. Ich zeig es mal schnell. Das ist englisch. Raspberry Kiss. Das ist so eine... Das kann man... Das ist Body Lotion. Nein, das tust du jetzt. Das ist Body Lotion, Maus. Hä? Ich gucke gar nicht. Die sind ja gerade mal auf. Jetzt kommt was. Jetzt kommt was. Ja, reicht. Jetzt du es jetzt an der Hand so drauf schmieren. Ja. Dann duftet er gut. Oh, die Erdbeere, Mille. Mhhh. Mhhh. Erdbeere. Wow. Wie ich ausschaue, das war jetzt zu viel. Ah, wir haben ja verkleckert. Oh, voll Erdbeere. Ja, okay. Ich kenn den. Ich hab den... Irgend so einen grünen hab ich mal von dem gehabt. Aber ist jetzt rot. Nein, das ist pink. Pink. Was sagst du noch? Ähm. Einmal ein... Prinzessin. Schaumbad. Schaumbad. Ja, ich hab jetzt aufziehen. Oh, nein, 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 nein. Schma auf. Das ist Schaumbad, Mille. Das ist ein Schaumbad? Waldbeere. Waldbeere. Ja, so sieht's aus, hm? Mhm. Wie schwingt ihr so viele Haare drauf? Nö, 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 nö. Ich brauch meine Haare noch. Was haben wir noch? Einfach füllen. So ein Essence. Ah, von Essence. Essence. Da steht... Best friends forever. Mhm. Like best friends forever. Best friends forever. Hat sie ja probiert? Habt sie ja gesehen? Wollt ihr mir auch mal duften? Soll ich mal an deinen Hals? Ui, die Flasche ist aber schön. Essence. Ich hab sowas mal vom Chian zu Weihnachten bekommen, wo noch auch klein war. Best friends ever. Ja. Wenn ich jetzt das an deinen Hals wieder... Ich riech jetzt brutal. Was machst du? Ich riech's nicht, aber meine Hände sind zu weich. So. Also jetzt hab ich drei verschiedene Düfte. Ah! Reicht schon. Ah, der riecht auch gut. Was riech ich? Nach irgendwas. Sie riecht nach Parfüm, Leute. Passt. Okay. Was hast du noch gekauft? Dann haben wir einmal eine glitzernde Seife. Die glitzer kann ich da glitzen. Glitzer, 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 glitzer. Sieht ihr da glitzern? Ja, da sieht man's jetzt. Ist auch von Prinzessin Sternenzauber. Ja. Boah, Leute. Ich sag's euch. Ich riech hier nur noch... Ich glaub, wenn ich dusche, geht der Duft nicht mehr weg. Was hast du noch? Was hast du noch? Apropos, unsere Kamera ist mittendrin ausgegangen. Wir konnten Kasse nicht mehr filmen. Viel habt ihr nicht verpasst. Soll ich das auch zeigen? Ja. Natürlich darfst du zeigen. Soll ich auch so machen? Soll ich auch so machen? Nein, das machen wir nicht auf. Das ist einfach ein Doof. Wenn man sie im Zimmer stellt, dann liest das auch noch nie. Vanille. Raumdorf Vanille für ihr Zimmer. Ich hab Leckerlis für meine Katze von Hello Kitty. Ja, für Smokey in Silas hat sie sogar Leckerli gekauft. Sie denkt auch in ihre Katzen, gell, Moss? Sie kriegt immer was. Einmal für die ganze Packung Cecius und die ganze für Smokey. Genau. Was ist das? Mama! Oh nein, Mama, lass das in Ruhe. Ich lass doch in Ruhe. Ich hab doch gar nichts gemacht. Ich hab nur eigentlich ein bisschen so reingeschaut. Einmal habe ich für meine Brühe Zahnpatter Schafe. Die ist rot, weiß, blau. Aha, für den Chian. Eine Zahnpasta hat sie geholt. Und dann noch ein Kaugummi. Ein Kaugummi. Für wen? Extra für Chian. Auch für Abi, okay. Ich weiß nicht, für Chian. Ich wollte nur mit. Ja. Was hast du noch? Dann haben wir einmal... Was war mit denen? Die haben wir? Die haben wir bekommen... An der Kasse haben wir von der Verkäuferin geschenkt bekommen. Das ist Seba Med Hautstraffendes Lotion. Das hat sie eigentlich mir geschenkt. Nein, das braucht Müller noch gar nicht. So eine Probepackung. Zwei Stück. What? Haben wir noch? Und dann haben wir auch noch... Ach, die habe ich mir gekauft. Das ist eine Pinzette für meine Augenbrauen. Die habe ich mit reingeschmissen. Was ist das? Ein... Prinzessinnen... Duschschaum. Soll ich das mit deiner Hand? Warte mal. Da steht... Magische Duschschaum Limited Edition. Angeblich. Boah, der riecht nach Beer. Ich sag's euch. Zeig mal. Der riecht... Ah, nicht so mehr. Zeig's mal. Ja, riechen könntest du es nicht, aber... Ja, riechen könntest du es nicht, aber... Ja, riechen könntest du es nicht, aber... Warte, was soll das jetzt? Toll. Lass mal drauf. Ist auch schön. Ich putze jetzt meine Nase hier. Inzwischen tut's gut, sag ich ja. Ich brauche mich drei Tage nicht mehr duschen. Ich rieche nach allem möglichen Milets Sachen hier. Okay. Was ist das, Milets? Wie viele Sachen hast du gekauft? Ähm. So. 13 Sachen hast du gekauft. Und? Bist du zufrieden mit deinem Einkauf? Ja. Ja? So, ihr Lieben, das war Milets DM-Hall. Ganz alleine hat sie das ausgesucht. Stimmt's, Milet? Du durft sie mal ganz alleine durch DM laufen. Das hat sie zum ersten Mal gemacht, gell? Ja. Und das hat dir so Spaß gemacht. Ich hoffe, es hat euch auch Spaß gemacht. Ich wollte 100 Zahn kaufen. Ja. Immer wieder. Okay, also... Kleine Windeln. Wenn's euch gefallen hat, Daumen nach oben. Dann kommen mehr solche Videos für euch. Und vergesst nicht einen Daumen nach oben. Und wie immer, wie immer, sehnt mal wieder unsere Vorschläge da. Und wie immer, müsst ihr immer abonnieren. Also, bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.